...vom Lege Martin und Gscheiter Christlahn und geleitet wird das heutige Spiel von Schiffrichter Winkler Andreas. ...leiter und Schnellbruchgang-Reiter und die Isabel-Reiter. Großen Applaus für den Ehrenanstoß und ein großes Dankeschön nochmal für die neue Tricks unserer NSB-Wandschaft, die heute ursprünglich wirklich so reingeweiht wird. ...leiter! 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 Ja! Applaus 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 Der 90. Spielprodukt der Unzugleuchte Allentstand 4 zu 1 für den UFC-Röbel-Tor Torschütze Mitte Nummer 13 Schulesberger Andreas Applaus Applaus